Hallo, hier ist mal wieder Thorsten zur Lage der Nation und der Welt. Im Moment macht es keinen Spaß Nachrichten zu schauen. Da war dieser Anschlag in Nizza mit den vielen Toten und dieser Putsch in der Türkei. Da fragt man sich, wo geht unsere Menschheit eigentlich hin? Und was ich mich ernsthaft frage, wenn es irgendeinen Gott, irgendeine Gottheit oder was auch immer gibt, wie konnte diese Person entscheiden, den Menschen zur Krone der Schöpfung zu machen? Ein Leberwesen, was zu solchen grausamen, sinnlosen Dingen in der Lage ist. Umgekehrt kann ich auch Darwin fragen oder die Leute, die daran glauben, was das mit Survival of the fittest zu tun hat. Im Moment habe ich so das Gefühl, ist eher Survival of the cruelest oder was auch immer. Naja, ist nicht schön, alles was so passiert. Nicht nur dieser Anschläge und alles, auch den Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken und so weiter. Wie gesagt, naja, man kann nichts dran ändern im Moment. Ja. Klingt jetzt im Moment ziemlich traurig. Aber ja, es kommen bestimmt wieder schönere Nachrichten. Jo, ciao.